Dieses zu erwerbende modernisierte Drei-Zimmer-Ein-Familienhaus liegt im Kreis Dietmaschen. Das im Jahr 1910 erbaute schöne Ein-Familienhaus wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Es hat ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstützfläche von ca. 890 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 79.900 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017